Manchmal frage ich mich, warum bin ich eigentlich hier? Ich glaube an Gott, aber wer ist Gott? Wie kann ich ihn besser verstehen? Niko, hat Rehmer dir bei deinem Glauben geholfen? Oh ja! Würdest du sagen, dass Rehmer deinem Glauben geholfen hat? Ja, sicher. Was hat in deinem Leben verändert? Mein gesamtes Leben. Hat Rehmer dir deinem Glauben geholfen? Rehmer? Ja. Was hat sich verändert? Seid du durch Rehmer in deinem Leben? Alles. Es verändert sich alles und jedes Mal. Und die Veränderung geht immer noch weiter. Ich bin noch nicht fertig.